Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's mal wieder, Henry. Lass dein Like da, lass dein Abo da und ich hab ein paar Wimms geholt, wo ich weg war, weil sorry, also das letzte Mal mit übermorgen, also die, wo mein YouTube nicht gerade zugucken, die sagen, dass ihre Freunden, falls sie mich auch gucken, sagt, dass jetzt heute ein Video kommt, weil nämlich morgen fahr ich in den Urlaub deshalb. Und, also morgen kann ich deshalb nicht, also hab ich erst jetzt dran nachgedacht. Und nämlich, und deshalb mach ich noch das letzte Mal mit euch ein Video. Abonniert, hab ich das schon nicht gesagt? Like das Video, abonniert das Video, keine Ahnung, also noch mehr zu viel Zeit. Abonniert das Video, like das Video und let's go! Es kommt Cannonschein, denke ich. Ja. Junge, das will was. Ich will auf diese Mitte und dann schaffe ich mich mal da rauf zu kommen. Einfach ganz chillig an den Randort laufen. Das ist meine Taktik. Und dann das machen wir. Zack. Nein! Hü! Was war das? Habt ihr das auch gesehen? Hü! Na! Hä? 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 Hä, aber was war das, wo ich hochgeschleidert wurde? Nein, ich darf jetzt nicht. Nein, wenn ich jetzt verliere. Oh nein. Nein. Sorry, Leute. Ich konnte nicht in den Pool. Ach und übrigens. Ähm, und es ist bald ein Update. Natürlich. Also in drei Tagen. Und ich weiß nicht, kann ich meine gratis Räder kriegen? Nee. Also, und? Und? Ich werde gewinnen. Das Video endet erst, wenn ich ähm, Ding hab, ähm, wie heißt das, wenn ich hab gewonnen. Oh, das wird lang dauern. Spaß. Das wird nicht, das wird Jahre dauern. Hm, hm. Einfach so, einfach eine ganz normale Runde. Ganz chillig die Mapper kunden, gewinnen. Ganz chillig laufen. Sieh dir, ganz chillig laufen. Dann noch jemand kicken. Kein gebrochen. Kein Ding für den King. Deshalb kicken wir den Geist. Hey, der nimmt so viel, ich bekomme sofort Karma von dem Geist. Und warum ich den Kick nicht mach, wie die. Keine Ahnung. Ich hab sofort Karma bekommen mit dem Geist. Dann kicken wir noch mal. Nein, ich hab die Lippe gemacht, aber egal. Ist trotzdem kein Ding. Oha, der hat die OG-Geldscheine. Und jetzt der kommt. 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 Floorflip. Kennt ihr immer, wenn ihr einmal das nicht schafft, auf die erste Wirkung, schafft ihr es nie. Das ist oft bei mir. So. Wie jetzt? Ey, Junge. Wollt doch wieder. Junge, was machen die dort hinten? Ey, Junge, dieser kleine Ehrenlose. Jetzt bock ich noch einen Alien anstatt dich. BAM. Weg mit dir. Lustetut. Ach, da bist du. Ey, Junge. Und zack. Lebt an denen. Ah, der wollte es auch machen. Junge, geht doch da rinther. Die sollen doch da rinther gehen. Geht doch da hin, wo ich bin. Geht doch bitte da hin. Nein, ich habe mich gekocht. Das wäre ein Video, wie ich mich gegen einen Geißpunkel oder was. Junge. Ich habe mich gegen den Geißpunkel. Ey, der Hund. Der Hund, Junge. Ja, hä? Ich erkenne. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Junge ist der Kacke. Junge ist der Kacke. Junge ist der Geist Kacke Nur weil der eine Mode gemacht hat Schafft er es nicht Junge ist der Scheiße Genau wie ich Weil ich schätze, ich kolle ich mich da auch nicht Oder doch kein Ding für den Kind Hä? Wir haben zu lang gebraucht Wir haben zu lang dafür gebraucht Hä? 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 Hä, hat der Geist das mal? Schreibt das in die Kommentare Naja, die Kommentare ist gar nicht offen Hä? Was war das? Komisch Aber gleich noch mal eine Runde Habt ihr das gesehen? Und ich habe so lange mit dem Geist Zeit verbracht Irgendwie vermisse ich ihn Schöne alten Zeiten Ich nehme mir Brad den Geist Und schon wieder Ob nicht ich Geschaffen kann Dieses Mal haben wir es geschafft Dieses Mal boxen wir dich da Oh Den Feuermann Sam haben wir geboxt Einfach geboxt ich habe ihn irgendwie zurück teleportiert und ich will er mich auf die seite jetzt mache ich das wie bei den anderen die haben wir haben das auch die armen junge 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 der bürger nur noch die runde hätte ich gesagt und dann ende das video ach ja ich habe noch gar nicht gesagt doch abonniert das video lag das video eigentlich schon oder gut mir zurück und gucken aber trotzdem abonniert ich bin nicht sicher oder war das eine andere aufnahme willst du stress nein mann Ich werde ihn jetzt vermöbeln. Zack! Nein, Mann! Ich tippe die ganze Zeit auf den Fallschiss im Out. Zack!